Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Car Mechanic Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Car Mechanic mit eurem treuen Mechaniker der Jeep So, ähm, was machen wir denn mal hier? Den nehme ich doch direkt mal an, das ist schnell gemachte paar Euro Ne, äh, aber wird schon Der Piccolo, der kommt, der macht jetzt, der spült jetzt bestimmt 20 Euro hier in der Kasse Äh, was ist denn hier dran? Ach, lauter Auspuff, ja, komm, fahr mal drauf da Ich, guck mal, ist bestimmt Endschalldämpfer und Auspuffrohr So, gucken wir mal, das ist bei dem Piccolo immer hier bei der Wichsgurke Siehste, vollkommen weggerostet Ach, das Flammenrohr Ja, dafür müssen wir erst hier, ach, da oben Ja gut, dann fangen wir erst mal unten an hier Okay, ähm, Abgas-Katalysator Den können wir schon mal wieder dran bauen So, das ist schon mal fertig Dann müssen wir die jetzt runterlassen Dann von vorne aufmachen Dann wieder hochlassen Dann Flammenrohr rausnehmen Neues einbauen Okay, aber das geht rucki zucki hier So, auseinanderbauen sollst du das Wieso sollst du versuchen, das festzumachen? Das ist lose, du Opfer Mann, 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 Mann So, jetzt müssen wir den Krümmer erst abschrauben Ach, du Scheiße, ey So, das kann nur von unterhalb des Wagens erreicht werden Das machen wir doch mal direkt Ist ja easy going hier Komm, fahr hoch So, jetzt kann ich den hier so rausziehen Äh, was war das jetzt? Einfach nur normales Flammenrohr Okay, dann schauen wir mal Flammenrohr Das hier Schöner Winkel Einfach irgendwo drunter gebaut hier So, dann wieder runter Dann sind wir auch gleich schon fertig In fast unter zwei Minuten Ja, so sieht's aus Äh, so, den hier drauf Zack, 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 zack Und Abgaskrümmerabdeckung drauf So Und fertig ist die Piskurke Ja, das gab ein paar Euro So, jetzt hab ich auf jeden Fall wieder 4000 Erfahrungspunkte Und kein Minus mehr Ist das nicht nice? So, jetzt brauch ich nur noch 1000 Erfahrung mehr Und ein bisschen Kohle Und deshalb schauen wir mal Die Filter müssen ersetzt werden Das kannst du selber machen, du Spacken, ey Ähm, Auto ist laut Routine überprüfen Und Reparatur des Betriebes Was ist da noch dazu gekommen? Oh, hier Ein dicken Hund Den nehmen wir Den Salem Kimran Das behauptet er bestimmt Alles ist kaputt Nur damit ich ihn wie Filter wechsle So Was ist der? Och, du Scheiße Motor arbeitet unruhig Klopfende Geräusche im Motor Schwache Bremsleistung Äh, Getriebefehler Karosserieteile Hinteres Stoßstange Hintertür rechts Linkes Rücklicht Vordere Stoßstange Lackiere das Auto Mit der Standardfarbe Ich brauche aber 5000 Erfahrungen Um da zu lackieren Egal Fangen wir erstmal an Und bauen am besten Den ganzen Motor auseinander Weil wir wissen ja noch nicht 40% Dann baue ich den mal wieder rein So Jetzt nehmen wir erstmal das raus Das Lagerdeckel ist eh im Arsch Das Steuergehäuse geht noch nicht Hier Das, der Lagerdeckel auch kaputt Der Abgasgrümmer ist auch durch Alter Vater, ey So Ja, Flammenrohr auch durch Ja, alles durch Anlasser durch So Lichtmaschine Ne, kann ich noch nie abbauen Okay, bauen wir erstmal das ab Dann Ihmchen ab Äh, Tragrolle ab So, äh Kurbewellenriemenscheibe kaputt Ja, hier kann man gar nicht sagen Woher das Geräusch kommt Weil einfach alles fratze ist Spacken, ey Äh, 45% Können wir uns mal eben kurz angucken Hier alles Das ist nur gut Aber der Ist schon rot Ab wie viel Ab 40% Aber Okay, aber Ich werde da trotzdem Erstmal weiter zerlegen Ne, denn ich muss mit Sicherheit Noch hier überall dran Bestimmt noch Pläuelstange im Arsch Äh, Pläuel kaputt Oder Kolben mit Pläuelstange Wie es hier heißt So Next Kraftstofffilter Auch noch raus Kurbelwelle raus Zylinderkopf An was hängt der denn hier so Du Opfer Woran hängt der Ach, an den ganzen Dingern hier? Ne Ach, an den Zündkerzen Die hier wieder an der Seite Drinnen sind Die ich nicht sehe Okay Raus 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 Äh Ach, hier hinten ist jetzt wieder Die scheiß Zündspule Die muss auch noch ab Und jetzt können wir doch den Kopf abmachen, ne So Jetzt können wir den Zylinderkopf abmachen So Vielleicht ist der ja auch schon kacke Gibt auf jeden Fall genug Geld So Der Motorblock Aber jetzt baue ich glaube ich erstmal von unten weiter Was ist das hier? Kühler Aufratze oder was? Der sieht so vergammelt aus, ey Kühler Lüfter Kühler Okay Ne, der war noch gut Stecken wir einfach wieder rein Geht ja schnell dabei, ne So Äh Dann lassen wir die Rotzkarre mal hoch Hol uns hier den knallroten Heiko wieder Ne Diesmal fängst du aber bitte, ja Brüderlein Ha Äh Ach, meine Nase Ich hab gerade und ich muss glaube ich gleich niesen Oh ja Wow Ist halt nicht allzu warm hier in der Halle, ne So, Heiko Ach gut, er hat's gefangen Danke Tut mir leid, dass ich ihn hier so Heiko nenne Das ist gar nicht abwertig gemeint Heiko, falls du das siehst Das ist, äh Nur liebenswert gemeint Du bist halt Hier mein kleiner Helfer So Ähm Kann ich jetzt hier schon irgendwas lösen? Ich muss ja eigentlich die hier mal lösen, ne Die Kurbelwellen Lagerdeckel So Hier ist nur eine So Den noch raus So Und jetzt kann ich von oben die Pleuel entnehmen Nicht? Weil da sehen nämlich auch welche Scheiße von aus Ähm Und wie viel hab ich denn überhaupt schon mal gefunden? Ach, guck mal hier Der Mutter arbeitet unruhig Kraftstofffilter Okay Anlass im Arsch Klopfende Geräusche aus dem Motorraum Ja, wir machen ja die Pleuels jetzt eh nur ab Oh Heiko Ich will dich nicht zerquetschen Komm mal her Oh Da wollte ich auch nicht dran Okay So Ich baue jetzt erstmal alles kaputt aus Und versuch mal was zu reparieren Weil ich hab ja auch genug Geld Da ich das neu holen kann Das ist ja dann nicht so das Problem, ne So Motorblock Der soll doch raus Und der soll doch raus Die beiden sind durch, glaub ich War halt jetzt alles hier Klopfende Geräusche im Motorraum Das war halt immer noch nicht Krass Ja, sonst muss ich halt hier mal wirklich einmal alles ausbauen Dann seh ich ja, ob die kaputt sind oder nicht Die Teile, ne So Vielleicht ist auch unten die Kuppelwelle im Arsch Das weiß man ja jetzt nicht Äh So Dann lassen wir nochmal hoch Nehmen die mal raus Schaut mal nicht hier so aus Langeweile Beim Hochlassen schon mal die Reifen abmachen kann Das wär toll So Äh Die Kuppelwelle Woran hängt die denn noch hier? Seh ich gerade nicht Hab ich einfach noch einen Pläul dringen lassen? Ach klar Hängt noch am Getriebe hier Muss ich ja auch noch dann weg machen Also Äh So Dafür muss erstmal Die hier raus Hallo Achso Da hinten sind die Ich hab das jetzt gerade gar nicht gesehen Dass er mir die Schrauben hier angezeigt hat So Wenn das so weit weg ist Ist es halt irgendwie angenehmer zu schrauben Dann bleibt mir da so ein bisschen drauf Das geht rucki zucki Muss sie nicht so viel bewegen So Und jetzt Ach ja Klar Dann müssen jetzt die Räder sowieso ab Weil ich ja die Antriebswelle rausnehmen muss Wenn ich das Getriebe rausnehmen will Wegen der Kurbelwelle Dann gucken wir mal So Hier haben wir schon mal kaputten Bremssattel Bremsbeläge Au Arsch So Äh Muss ich den abmachen Eigentlich muss ich ja nur das hier abmachen Aber wenn ich einmal davor stehe Kann ich natürlich auch direkt rauskloppen Obwohl die Zahnstange Muss ich die abmachen Eigentlich nicht ne Getriebe kann ich doch schon raus machen So Okay Getriebe ist raus Ach guck mal hier Kupplungsdruckplatte Arsch oder Schwungrad Au Arsch Boah da vorne ist ja alles vergammelt Ich kriege ja nur noch hier so richtig krasse Wichsbuden Ney So jetzt kann ich die auch nochmal rausnehmen Und nochmal begutachten Das Schwungrad 1% Okay Kurbelwelle Oh Was Da hatte ich noch eine von Ach du Scheiße So Ähm Ich hab ja gesagt Ich will jetzt mal reparieren Gehen gleich Deshalb baue ich jetzt erstmal hier nochmal einmal alles auseinander Weil hier sah ja auch schon alles Katastrophe aus Und dann versuchen wir mal die Sachen zu reparieren Wenn ich sie kaputt mache Ja dann hab ich ja Pech gehabt So Die Bremswellige sind in Ordnung Das sieht doch weiterführend eigentlich ganz gut aus Guck mal den Deckel gucken wir uns jetzt mal an Ist der gut? Ja der ist bei 43% Okay Ähm Hinten ist hier noch was scheiße Ja das sieht doch ganz so aus Entschuldigung ich musste mir mal kurz an die Nase greifen Das juckt schon wieder so Ich glaube ich muss nochmal niesen So äh Erstmal das hier runter Ja Da ist doch die Bremsscheibe scheiße Was hier schon für Schlieren drin sind Sieht man schon komplett Okay hier sieht es sonst gut aus So Bauen wir den mal ab Ach meine Nase geht gerade so ein bisschen zu Äh okay Hier ist der Bremssattel scheiße Weg Belege scheiße Bremsscheibe scheiße Ach Und jetzt gucke ich nochmal eben ob es das alles war Ähm Reparier alle Getriebefehler Kupplungsscheibe Bremsbeläge Bremsscheibe Alles gefunden Bis auf Motorprobleme Immer noch nicht Da muss doch Ich hab doch schon alles rausgerobt Da ist doch nix mehr Oder ist der komplette Motor im Arsch Oh ich hab's auf 49% repariert Das hab ich kaputt gemacht Das hab ich repariert Das hab ich auch repariert Das hab ich kaputt gemacht Okay ein paar Sachen hab ich repariert Weiterhin Ah Ah 70% Ah 100% Geil 78 100 100 Jawoll Jetzt hab ich aber auch mal ein bisschen Glück gehabt Äh Geil Jetzt hab ich schön viele Sachen repariert Und dann kann ich die auch alle wieder einbauen Ja cool Ähm So Aber was ist denn am Öl Ist hier Ölfilter vielleicht Scheiße Okay Der gehört ja auch noch dazu Ölfilter Und ein Ding fehlt jetzt noch Das gibt's doch nicht Was kann das hier noch sein Ach ne Die hatte ich ja schon draußen Kann ich jetzt den Motorblock rausnehmen Was Probiere ich jetzt mal aus Also wenn ich den Motorblock raus hab Dann muss ich Dann kann es ja nicht mehr viel sein So Okay der ist raus Kann es ja fast nur noch das hier sein So Holen wir mal eben raus hier aus der Gurke 45% ABS Heizpumpe 49% Wie soll das denn jetzt bitte gehen Ich hab doch gar keinen Motor mehr drin Dann kann doch nichts mehr kaputt sein Oder ist vielleicht irgendwie Noch was anderes hier Vielleicht Luftfilter Äh Scheiße oder so Gucken wir mal Weil viel was anderes kann es ja kaum noch sein Tut mir leid Dass meine Nase so zu ist So mach den mal ab hier Wie ist der denn Ist der noch gut Ja der ist noch gut Also Oh Jetzt hab ich aber den falschen reingetan Anscheinend Ich hab nur einen Hä der Luftfilter war doch scheiße Der hat mir doch gut angezeigt Gerade unten Äh Luftfilter So Der hat 11 Euro Teil Hier reingebraten Dann kann der Motor wieder rein Dann machen wir aber den Deckel erst Ganz wichtig Den Luftfilterkasten Weißt du den reißt man immer als erstes raus Und macht ihn als letztes wieder rein So ungefähr Aber hier Ne Hier muss man erstmal alles Kann man erst alles andere einbauen Okay Äh Kraftstofffilter Hab ich den jetzt alles gefunden So Da hab ich alles 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 Ja ich hab ja alles auseinander rausgerubt hier Geil Äh So Kraftstofffilter Kraftstofffilterchen So Okay Servolenkungspumpe Ballern wir wieder dran Das ist gut Ach kann nur von unterhalb gemacht werden Schön Machen wir aber erstmal alles Was von hier oben so geht So Die hätte ich ja eigentlich gar nicht mehr abbauen müssen Aber ich wollte natürlich jetzt wissen Wo das Problem ist Ne Äh Ölfilter Kann von unterhalb des Wagens erreicht werden Kann ich hier schon was reinstecken noch Ne Kann ich nicht Okay Bauen wir erstmal wieder hoch hier Komm hopp Gib Schubrakete So Okay Was können wir denn hier rein machen Ne Nicht die So Die hier Er kriegt seine schon wieder So Ich hab die ja repariert Deshalb baue ich jetzt die guten ein Hab ich jetzt überhaupt noch einen Ne Die sind alle 8% Kurbelwellenlagerdeckel Einen baue ich noch Ähm Kurbelwellenlagerdeckel Da ist er Zack Schön Flux Reingeschrubbt hier So Flammenrohr R4 SOHC R4 Da haben wir doch schon 45 Euro kostet der Scheiß nur Warum mach ich so was Okay Ein blauer Ölfilter So Ma Nimm mit doch 25 Euro 25 Euro ist aber teuer Für so ein Ölfilter irgendwie So Das kann ich auch schon mal dran machen Obwohl Innenbelüftete Bremse Hab ich die schon gekauft Ne Aber eigentlich kann ich das hier schon mal dran machen Weil die war in Ordnung Und der Spurstandkopf war auch in Ordnung So Innenbelüftete Schwache Bremsleistung Bremsscheibe Kommt hier nur eine normale drauf Ah die sind gut Okay Alles klar Der ist auch noch gut Den machen wir hier drauf Einfach mal So Dann kann ich das eigentlich schon wieder zusammenbauen So Weil hier war ja sonst erstmal nisch mehr Okay Ähm Ich muss die Pleuel oben dran machen Hier mach ich dann Oh die kaputten Bremssattel Kann ich nicht gebrauchen Bremssattel So Zack Den machen wir erstmal drauf hier So Rad drauf Dann ist das Thema auch schon mal durch hier Mach hinne Hab ich den schon abgehert Ach guck mal Der Motor arbeitet unruhig Klopfende Geräusche aus dem Motor Anlass das Schwungrad Finde und repariere alle Motorprobleme Ja ich muss ja erstmal eigentlich alles wieder zusammenbasteln Jetzt ne Sonst Sonst bringt das ja nix Das bringt ja gar nix Okay Ähm Was haben wir denn hier Was können wir denn mal als nächstes reinmachen Ich würde mal sagen Hier die Pleuel Stangen Die ist noch gut Und hiermit bist du nächste Woche wieder da Aber du brauchst ja keine neue Ne Äh Pleuel Zack Zack 300 Euro Bäm Fotze Äh Pleuel Stange ist drin So Den Zelliner Kopf können wir schon wieder drauf schrauben So Das machen wir mal schön drauf hier So Die Nockenwelle kann auch Oh warte mal Wie viel 90 40% Ja gut Aber Wollt er nicht So Hab ich vielleicht auch noch so einen Nockenwellen Lagerdeckel repariert Aber wenn ich jetzt nur einen kaufen muss Dann weiß ich es hat funktioniert Oder ich hab welche kaputt gemacht So 41% hat der Also auch nächste Woche mit hier Äh Nocken Nocken So Nockenwellen Lagerdeckel Ich glaub es ist der hier ne Okay Es war der Hab ich nochmal Glück gehabt So Das hier drauf Nockenwellen Zahnrad ist noch Taco Ventildeckel ist auch Taco So So Da bin ich ja gleich Eigentlich schon fast durch mit dem dicken Hund hier ne Ist alles easy going So Den mach ich aber auch noch fertig Oh ne Das ist scheiße Was wollte ich jetzt hier Ansaugstutzen Äh Ansaug Stutzen Boah Welcher denn jetzt R4 MPI R4 MPI Da haben wir den So Zack Okay Den hätten wir dran Sieht top aus Ne Nicht mehr wie so ne Müllbude dein Auto So Den Ah den Kraftstoffverteiler brauchen wir auch neu Jawoll Der ist schön teuer Glaub ich Kraftstoffverteiler MPI 105 Dollar Das geht ja noch So Den Abgaskrümmer hab ich da nicht geschafft zu reparieren Ne Wen wundert's Äh Abgas Krümmer Boah Welcher ist das denn R4 SOHC R4 SOHC Da haben wir ihn noch 40 Euro ey In welchem Was für Preise die haben Ey Das sind bestimmt irgendwie so So Preise aus Zimbabwe oder so ey Wenn du da was kaufst Wenn du da Hier kaufst du glaube ich schon ein bisschen teurer so Äh Zahnriemen kann drauf Zündkerzen können rein Aber da kriegt er seine Alten Gammeling wieder So Damit er auch schnell wieder kommt Dann kann ich noch ein bisschen mehr machen Oh Oh Ah guck mal die Zündspule auch kaputt Bestimmt auch teuer Gucken wir mal Zündspule R4 SOHC Das wird die wohl sein Auf 65 Das geht ja echt noch Ja komm Die beiden Schrauben da Die jetzt auch selber dran machen können ey Scheiß Zündkabel Ist noch 40% Geht auch nächste Woche kaputt Aber die Herren wissen es ja immer besser Und wollen nicht noch mehr Ach Steuergehäuse Ist doch Arsch Hallo Ach Zerlegungsmodus So Steuergehäuse Das ist das hier Das erkenne ich schon Zack Neu Dann kann jetzt hier die Kurbelwellenriemenscheibe drauf Und die Tragrolle Dann kommen die ganzen Riemen Wieder hier hin So Zack Zack Das ist schon mal fertig Hier oben Dann kann ich jetzt eigentlich Hochlassen Und muss dann nur noch Ein bisschen was tun So Was muss ich denn überhaupt noch machen Das habe ich schon mal beides durch Anlasser und Schwungrad So Ach guck mal Ölwanne auch im Arsch Ölwanne R4 War das jetzt Ölwanne R4 Weißt du Die kostet dann Hunni Ist klar ey So Machen wir erstmal zu hier Dat haben wir drin Schwungrad hab ich noch nicht Ähm Kaufe ich mal schnell Schwungrad Oh 500 Euro kostet Dat Teil kostet 500 Euro Krass Okay Kupplungsscheibe auch kaputt Bestimmt auch teuer Kupplungsscheibe 90 Okay Ist aber in dem Spiel eigentlich schon relativ viel So Kupplungsdruckplatte ist in Ordnung Die sieht zwar so scheiße aus Aber die tunet noch ein bisschen So Kupplungsdrucklager Auch in Ordnung Okay Dat Getriebe jetzt Mal geh doch Komm da halt ran ey Simuliert bestimmt immer Dass man abrutscht Wie man es in echt so gerne macht So Antriebswelle rein So Wer die schönen Schräubkes Irgendwie kommt mir das auch vor Als würden die viel schneller reingehen So Dat Ding hier reingekloppt So Okay Äh Was muss ich denn jetzt noch machen Jetzt muss ich den Anlasser noch einbauen Ne Was fehlt denn hier noch Den Anlasser einbauen Bremsscheibe Bremsbeläge Ach ja klar Hier Könnte ich ja auch mal machen Ne Äh So Okay Zweimal Bremsscheibe Die kaufe ich auch direkt hier schön übers Tablet Das ist schon echt komfortabel Kann ich auf jeden Fall nur jedem von euch empfehlen Sich das zu holen Ey Als erstes oder zweites Also als erstes vielleicht Schrauben lösen Das ist schon nicht schlecht Ne Aber äh Als zweites auf jeden Fall Das Tablet ist schon cool Kann man nicht anders sagen So ähm Bremssattel Da drüben habe ich ja auch noch keinen Ne Aber ich baue jetzt erst Kaufe jetzt erstmal einen Weil ich mir auch nicht sicher bin Ob da drüben der überhaupt ab ist Aber ich glaube ja fast schon So Meine Nase wird gerade wieder So ein bisschen freier Wie ihr sicherlich hört Und wir sind schon verdammt lange In der Folge 21 Minuten Aber Ich mache die Den Hobel jetzt hier noch fertig So Ich hätte doch einen Bremszylinder kaufen sollen Ähm Ehm Bremssattel So Zack Rad drauf Jetzt muss ich ja noch Karosserie Modus gleich Ne So Klopfende Geräusche am Motor Anlass Da kann ich von oben dran machen Deshalb lassen wir die Karre Jetzt erstmal hier runter Und wie es an dieser Stelle weiter geht Ja mit der Karosserie Seht ihr in der nächsten Folge Haut rein Tschüss